hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bzw zu einer neuen video reihe ich habe mir gedacht ich mache da einige videos für lightroom user die vorhaben auf capture one pro umzusteigen und ja wie ist der ablauf wir haben jetzt hier einfach mal den start die einleitung dazu und dann werde ich eine playlist erstellen mit den einzelnen kapiteln es hilft mir auch dass ich die einzelnen videos teilen kann und man nicht hin und her springen muss in ein gesamtvideo und es macht eigentlich übersichtlicher das heißt hier haben wir noch das intro nachher wird das nur eine kapitel übersicht sein und ja seid gespannt wir gehen das programm von a bis z durch und wenn es fragen gibt dann schmeißt es mir in die kommentare dann kann ich die playlist dementsprechend erweitern und das ganze noch mehr vervollständigen also gleich geht's los noch Untertitelung des ZDF für funk, 2017